Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty World Network Zombie Modus, Nazi Zombie Modus, mit dem guten Wolf und dem guten Gewürz Dübel, 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 weißt du noch gestern, ja, ja, ich brech aus, ich hab mir das Video so oft angeguckt und muss immer wieder drüber lachen, ne, es ist so geil, Ja, Mario Kart, genau, Alter, dass man da zusammen zocken kann, das hätte ich nie gedacht, das geht, Alter, der Wahnsinn. Irgendwie, irgendwie, irgendwie verlässt mich langsam die Laune, irgendwas zu zocken, ey. Wieso, warum? Wegen der Sache von gestern noch. Hä? Ja, Pader, von dir stirbt ab. Das hast du nicht Soji gefragt? Äh, doch, aber er hat mir nichts geschrieben. Erzähl ich dir nachher, privat. Ja, ja, klar, klar, aber, ey, ich, ja, weil, nee, weil, ich, Duzu hat mir auch schon geschrieben, dann so, weißt du, äh, Na Gott, behalt euch Zombies. Ähm, halt so, äh, hat Soji nichts gesagt, ich so, nee, und sie dann so, wirklich nicht, ich so, nee, und sie hat dann nur geschrieben, das hat sie voll gewundert, so, weil, das, Das ist mein Freund Eddie in Ruhe. Eddie? Er ist Eddie. Ja, dann ist mein schwarzer Eddie. Double Points, oh, gib mir Punkte. Nein, du Arsch, oh. Oh, oh, Connection interrupted bei mir, oh, 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 oh. Ach, bist du da? Ach, warst du ein Nutter, bin, geht doch. Nene, ne, ne, der Drop wieder so ekelhaft, weißt du, so, so Mini-Drops. Ja, so wie, so wie bei mir hier immer, ne, so, von 90 auf 900 hoch. Aber jetzt hostet Wolf, also jetzt müsste es bei dir theoretisch gehen. Ja, 999, fick dich. Wer, weh, halt die Schnauze, bitte. Ey, du weißt gar nicht, wie, du weißt gar nicht, wie Geld das auf 999 zu spielen. Kann ich mir vorstellen. Er hält die Granate und... Nyeh, fang. Boom. Äh, wenn mir leckt das so ekelhaft, Alter. Scheiße. Ah, Pin-Connection jetzt schon wieder, ey, der Wahnsinn. Die Schabos wollen reingen, Alter, die wollen zum Babo-Kübel reingen, Alter. Oh mein Gott, der hat mich gehauen. Oh, was ist mein Scherde. Ihn hat's durch die Barrikade. Ihn hat's durch die Barrikade geklatscht. Guck mal, der hat... Der Arsch. Nein, der ist klein. Klein und dumm. Die Mitchell. Danke. Mega erschreckt, ne? Alter, Connection interrupted. Gibt es dir auch wieder ne Kiste, oder was? Oh, jawohl, ich hab sie gehört. Klar, geht's wieder ne Kiste. Was hat er? Empisen. Empisen. Empisen, genau. Alter, ne? Es droppt krass, mega. Ich bleib hier in meinem Raum, ne? Ich bin gleich tot. Schlagt euch mal, schlagt euch mal in eurem Raum und ich schlag mich hier in meinem Raum. Ja. Okay. Schlag dich! Alter, bei mir... Oh, ich hab so Connection-Drops, Alter, ne? Scheiße. Ich hab's jetzt schon wieder mit dem Internet verbauen. Ja, aber nicht so schlimm wie gestern. Also es droppt halt immer kurz hoch und wieder runter, weißt du, so Drops. Hier ist kein Eingang für dich. Ich will Kiste, verdammt, jetzt lass mich. Ja, richtig. Gib mir das Arsch. Der Arschkübel. Oh, FG-40, ich bin glücklich. Rauskommst du aber nicht, ne? Ja, ist mir egal. Ja, du verpiss, verpiss dich, Rolo, lass raus. Was denn, nu, ey? Raus, ja, ist Hausverbot, Arschlau. Was für ein Verbot? Ach, Hausverbot. Achso, warum denn? Ja, ne, Hausverbot. Sag mir mal den Grund, warum. Komm, Alter, lass mich mal rein. Was denn? Kannst du hier machen? Was? Hier ist kein Eingang, nur für geladene Gäste. Ich werde dich kastrieren, Alter. Lass mich rein. Ich werde dich kastrieren, Alter. Ja, mach doch, bin schon ein Huch. Guck mal, meine Leute wollen hier auch raus. Boah, fiese Kastraktion, ey. Ja, ne? Wollt ihr, ihr habt da selber Songs. Ja, aber echt, ey. Ich werde mich gerade vor allem konzentrieren, weil, weil, weil Insta an ist. Oh. Ich nicht. Hast du dich jemals schon mal im Zombie-Modus konzentriert? In Black Ops 2, ja. Ne, ich nicht. Das ist, weil Zombies so draufballern, aber Black Ops 2 so viele Secrets, um die Sexes da gibt. Ey, das ist zu heftig. Find ich nicht. Ich find das geht. Black Ops 1 ist schlimmer. Ey, könnt ihr mal eure Drogen behalten, Junge. Die sind im Club verboten. Nicht in meiner Welt, Junge. Kiste. In deinem Gesicht kommst du hier nicht rein, Alter. Kiste. Ja, piss dich. Kiste. Kiste euch. Alter, lasst mich rein, Junge. Ich bin so weit wie der Kind hier. Ich hoffe. Echt mal. Kommt hier nicht rein, Alter. Ich baue da die Kiste. Ich kiste mich jetzt hier durch. Mir ist egal. Ich weiß, als Kübel gesungen hat, in O, 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 verrückt. Ihr kommt, ihr kommt hier nicht durch. Wir gehen, wir gehen hier nicht vor. Weißt du, das erinnert so ein Älter. Alter, wenn du dropptest, wenn du dropptest, ist es schon wieder. Los, probier drüber zu springen. Geht das überhaupt? Warte mal. Ach ja, aber das geht nicht. Doch, das geht. Wolf hat es geschafft, der Glitscher. Kommt da hinten raus. Hinter dir, hinter dir. Gimmel, Gimmel. So, raus hier. Browning, Alter. Wuhu. Da kannst du Brownings mitmachen, ja. Brownings kannst du machen. Ach ja, Brownings meine ich doch. Ist doch alle das Gleiche. Natürlich, ich stehe aber schon immer mein Traumjob. Ja, das glaube ich dir. Schon mit so einer schulden MP4 in der Hand. Ach so, Wolf auf der Map gibt keine Perks, ne? Na und? Wolltest du sagen. Ich habe schon jahrelang ohne Perks gespielt. Weil viele immer rumheilen, keine Perks, Mama. Genau, zwei Tage ohne Perks. Ich habe Black Ops 2 ohne Perks gespielt, wo es Black Ops 2 nicht mehr raus war. Okay, voll die Doku. Entwickler-Version, ne? Ja, ich finde es auch. Wir gehen, wir gehen hier nicht fort. Wir gehen, wir. Das ist eine Sitzblockade für den Regenwald. Oh, jetzt hat es mich umgehauen. Schlecht. Ich weiß, ich bin echt schlecht. Ich bin immer der Erste, der down geht. Hey, beide, warte einmal down. Aha, lol. Ach, ne, ne, ne. Nur Wolfe einmal down, aber sonst. Ach, ja, das war wegen diesem kurzen Aschgesicht. Ich war noch nicht down, dann wüsste ich wird. Ja. Hier liegen zwei Hände rum, Alter. Hat einer seine Hand verloren? Ja. Oh, shit. Meine Masturbationshand gibt es jetzt nicht mehr. Läuft. Scheiße. Ah, zur Geste. Ich kann durch. Alter, wie kack ist das? Jedes Mal jack ich mich mit einer Eingralade in die Luft. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin King. Seit dem Merkel, da ist ja die Grenzen eh offen. Ja. Wie lange mir nicht dazwischen kommt, wenn ich hier kite, ist alles in Ordnung. Scheiß Merkel. Nö. Ich hab die Mauern durchbrochen, ey. War voll uncool. Ist daran denn so schwer? Musst du so klacken? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deine eigene Granate schon wieder? Ja. Oh Mann. Du bist auch so ein Granaten-Suicide-King, Alter. Irgendwie schon. Aber unbeabsichtigt. Ich hasse das. Ich kann nicht normal spielen. Doch. Oh, doch kommt endlich mein Paket an. Ah ja, ist noch nichts angekommen? Nein. Was? Na, er hat zu Weihnachten eigentlich Headset und Game Capture Card, aber beides sind noch nicht da. Oh, Alter. Game Capture Card. Ey, du Igor, Mann. Verpiss dich, Junge. Das war Herbert, ey. Nicht Igor. Doch, guck, wie er kommt. Wie er läuft, ist ein Igor. Alter. Aber ich freu mich voll. Ich hab mir eine Maus bestellt und meine Festplatte kommt dann an. Ich hab Max Amo. Habt ihr reloaded, Jungs? Ja. Warte. 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 Mach. Mach ruhig. Mach. In die Fresse. Alter, Kübel, ist es immer wieder Igor oder was, der dich da penetriert, ey. Mein Gott. Ja, nee. Schwimmer. Ach, David Schwimmer ist da. David Schwimmer ist da. Ich kann nur sagen, was der Bork. Ey, könnte man mir eine Züge sehen lassen? Danke. Du verreckst doch immer, hallo. Und was? Zur Not geht die Treppe hoch. Da sind auch noch Fans da. Äh, nein. Äh. Wulftreppe nicht aufkaufen. Fehler. Doch. Macht Kübel. Ja, das macht Kübel immer aus Troll. Gott, hab ich einmal aus Troll gemacht. Machst du immer aus Troll. Mit sechs und kaum sonst hier, ey. Ja, nur irgendwie voll wenig. Keine Ahnung, so. Ganz ehrlich, ist die Deployable Browning gut. Naja, ist halt mit zwei Beinen. Also eigentlich zwei Beinen. Aber das zwei Beinen ist halt nur aktiv, wenn du auch wirklich liegst damit. Was da? Ja, also, ja, du kannst ja keine Waffen punchen. Also ist jede Waffe irgendwann schlecht. Aber bis Runde 20 haut jede Waffe gut rein. Okay. Kübel und ich waren irgendwie Runde... Warte mal, Kübel, wir waren schon mal Runde 17, ne? Ja. Aber das war auch so eine Runde, da haben wir uns echt über Themen unterhalten. Wir haben uns überhaupt nicht aufs Spiel konzentriert. Da haben wir irgendeine Scheiße gelabert die ganze Zeit. Irgendwie trotzdem voll weggekommen. Ja, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Kann mich einer kurz beschützen? Ja, wieso? Wo ist mein... Wo ist mein Handy? Nicht raustaben, nicht raustaben. Ja, ja, auf keinen Fall raustaben, du fliegst raus. Ich kann nicht beschützen, ja, komm, mach. Ja, als ob ich mich raustabe, warte mal. Ja, komm, ich mach. Wo? Wo hab ich mein Handy hingetan? Ich beschütze dich, komm, wir go. Ne, ist okay, ich wollte jetzt unnützes wissen, aber... Ach so. Ey, das ist ja langweilig, das gibt ja schon mal nichts. Echt mal. Wir müssen ganz random von allein was raushauen. Ja, okay. Dann überschlägbar, Jungs, bitte. Überschlägen? Ja, überschlägen. Überschlägen? Also überschlagberechnen kann ich, ja, aber sonst... Also, sonst bin ich mathematisch total unbegabt. Ja. Naja, ich bin halt... Ich bin halt... Ich lass mich aus meinem Haus rausgehen, danke. Nein, nein, guck mal, da, ich töte Herbert. Uah, Herbert ist tot. Ich habe euch die Treppe aufgekauft, ihr Lappen. Oh nein, oder? Doch. Oh nein! Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie auch von oben. Oh, Kacke! Komm, lass mich mal durch, Alter. Normalerweise... Egal, dann kann Wulf hier nächstes Mal hier oben erkunden gehen, ist doch egal. Truhenverbot. Ich werde so lange hier sein rumhüpfen, bis du mich reinlässt. Hier oben lang, kannst du da eine Barrikade wegkaufen, dann kommst du immer an deine Truhe. Ne. Puck da mich an hier. Aber es gibt die Map ja auch mit... Ach, Kübel, komm, ich troll dich. Na, komm. Auch Mitch hat seinen Weg zur Truhe gefunden. Ja, ne? Hallo. Ich werde hier stehen bleiben und hüpfen. Da bin ich auch schon. Oh, die Trench Gun! Mr. Shotgun is back in business. Ich wollte mir meinen Weg durch. Oh ja, ich hab's geschafft. Tybe, Mr. Shotgun is back in business. Nee, ich bin nicht verantwortlich dafür. Ach, komm schon, warum? Ich hab schon den ganzen Tag irgendwie Grocki-Laune so, ne? Nein! Das darf nicht sein! Schwimm mal, schwimm mal, schwimm mal hinterher. Schwimm mal, schwimm mal, schwimm mal hinterher. Schwimm mal, schwimm mal hinterher. Oh, Flammenwerfer. Hm, der Sack hat genug Abonnenten, man. Ach, 4.000 nur. 4.000 nur. 4.000, wir haben mal eine Bische 200. Ey, komm. 194, nicht mal 200. 195 bestimmt schon. Nein, nein, nein. Ich hab zwar geguckt. Ah, der ist der. Nee, Fischkopp ist ein cooler Typ. Doch, doch. Fischkopp, Alter. Fischkopp! Shit happens. Gehnt ihr den? Ey, es gab Tatsache, welche, die, äh, so Fischköppe gebastelt haben, so aus Pappe und Papier. Und dann hat er Weihnachtsbaum gehängt, ne? Der Fischkopp. Ich hab gedacht, das macht nichts, das... Also, die Chance ist gering, aber... Das haben Tatsache eine gemacht. Oh, Alter! Geh auch nochmal ab, Mann! Ja, sorry, ich hatte Panik! Ich hab hier alles unter Kontrolle. Ja, ja. Ach so, Leute, jetzt seht ihr mal, wie es ist, wenn man nicht der Host ist. Also, ich hab halt bis jetzt jedes Spiel gehostet, aber jetzt ist Wulf der Host. Jetzt seht ihr mal, wie es ist, so wie eben gerade halt, dass man zwischendurch mal so am Längen ist. Weil so hat... Weil so hat sich Kübel halt alle 26 Folgen gefühlt. Oh. Und Kübel ist tot. You dead? Bist du oben, oder was? Ja, er ist oben. Trottel. Ich bin schneller als du. Nein! Was, Alter? Ich war nicht an der Kiste. Oh. Arne, du Kameradenschwein. Hä? Keine Kiste. Was? Ja, halt, halt. Ich werde hier alles... Boah, ich blute! Ich blute! Haha, Feuer! Woo! Wie er sich freut. Boah, der M-Metzgeraden ist so eine geile Waffe. Ich liebe sie. Die ist zwar mega schwach, aber ich liebe das Nachladen bei der. Na, schön. Doch, Mann. Wenn du... Das ist die einzige Waffe, die... Wenn sie leer geschossen ist, die am schnellsten nachlädt. Ich liebe das Element Feuer. Das finde ich geil. Einfach nur, weil es zerstört. Was? Double-Hitter! Ich brauche Hilfe! Ja, ich komme, ich komme. Ich habe Raygun, komm. Hilf mir. Ich habe Raygun. Danke, mein Kameradenschwein. Äh, Kamerad eigentlich. Ich komme, grübel. Nice. Ja, 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 ja. Ey, der haut mich trotz Nuke, alter, ficken. Also, Wolf, ich muss da übrigens auch aufpassen. Oh, 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 oh. Jungs, noch da, hallo, Jungs, hallo, hallo, Jungs, hallo. Wow. Ja, MG40. Hat er gerade mega wieder können. Es ist aber, ich merke schon, es ist wieder ein mega Delay drin. Ja, hallo. Ja, passt. Oh, okay. Ich habe MG42. Geil, leck, leck. Oh, 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 oh. Bin tot, ja, bin tot, ja, 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 ja. So, leck, oh, oh, mein Gott. Ja, dauert ein bisschen. Los, hau rein. Jawohl. Ich kann nichts machen, weil bei mir ist gerade mega leck. Oh, 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 oh. Weißt du, bei Kübeln, da sieht man richtig, mein Internet ist so, mein Internet ist mega beschissen. was du mir habst der Bar der Bar klingt bei mir der ist wohl ok Kübel hat jetzt einen oh alter wie ich das hasse ne ja ich auch wir legen mal zusammen und holen uns einfach mal einen Server gibt's ja nicht kostet ja nur 100€ bei Aldi ach so du meinst so einen Server ja Kübel ah ich glaub es fängt an normalerweise sagt der was was guck mal hier guck mal Molotow Cocktails wuhu Molotow hinter dir oh einige Double Points Boone Speedkul ist beschissen Alter Wollen wir Wolf mal oben an dem Uhrenschrank gehen lassen ja klar wieso nicht Wolf hast du 1500? ja ja klar ja ich hab bisschen mehr als 1500 da sind auf jeden Fall geile Waffen drin komm mal mit geh mal die Uhrenschrank zeigen komm mit wo 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 Ich habe Max Amo, Jungs. Oh, oh. Habt ihr nachgeladen? Jungs? Ich habe mich auf den Laser. Fall mal leiser. Jungs? Ja, was ist das denn, Granat? Mega-Delay, Alter. Und ich brenne, ich brenne, hier brenne ich. Ah, oh. Mein Ping droppt schon wieder. Oh, ich kann nichts machen. Ich habe das Gefühl, ich kriege die ganze Zeit nur dieselbe Waffe. Immer, immer wieder. Oh, ich brauche deine Deckung, ich brauche deine Deckung, ich kann nicht zocken, weil gerade Ping wieder... Ah, YOLO! Ah, was war das? Ah, YOLO! Rumsprayen, wie ein Bob-Noob. Ah, Respekt, Leute, Runde 10. Oh, fuck. Ich mag meine Zombies cross. Ah! Oh, mein. 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 Ja, ich sage euch, wie es ist. Zu dritt ist richtig schlecht in dem kleinen Raum, ne? Ja, aber ich kann nichts machen. Ich leck, ich leck rum, Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, wir sterben. Aber Runde 10. Stirb, du Nazi. Alter, fünf Magazine für einen Scheiß. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Ich versuch's, ich versuch's, Mitchell. Ach, ich versuch's, Mitchell. AAH! Hoplan, bitte. Ich bin dran, ne, ich bin dran, ganz ruhig. Papa hat Dübelz, ja, Papa ist da. Papa hat Dübelmarsch. Ausgewürz. Ken's da, warum Gewür.. Kennst du die Werbung der D-Max Gewürz Dübel? Hm, nee. Ne Ach, ein Zombie, Alter Mann Hey, mein Schatzi Hallo Oh, Headshot Ja, ich weiß Umso öfter ich daumge, umso hässiger werde ich Was? Oh STG STG ist gute Waffe Oh, Alter, wie ich nicht online zockern kann Einfach, weil es gerade einfach mal wieder gar nicht geht Doch, jetzt geht es wieder Ich bin Revolverheld Hinter dir, Alter Ich will nicht den Kopf verlieren Ja, ne Erstmal die Double Barrel holen Das kriege ich Oh, Kübel, guck mal Ah, Feuer Panzerschreck Hey, Hardy Oh, Bros Ah Halt voll drauf Auf, geil, ich schieße zweimal Und, äh, dann hab ich noch einen Schuss drinnen Ich blute Oh, Junge Fuck yeah Mother of RPG Bitch, please Das ist kein RPG Wird auch egal Boah, ich blute schon wieder I have no weapon, I broke, äh, I need a new weapon Wow, Kübel Was denn? Oh, gib mir Ah, was ist das denn für eine Scheiße Ah, das gescopete Skark Oh mein Gott Join Ich wurde weggedrängt Komme, ich komme Ich komme Hat er auch Raygun, oder was? Oh, oh Ich will, ich will, nein Oh Blub, blub, blub Oh, Jungs, es tut mir leid, es tut mir leid Das ist mir doch egal Kennst du? Ey, warte damit, Leute, nicht Ah Ist ich da gerade Nein Ah, kacke, ey Du brauchst mein scheiß Handy Na, 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 na Nee, ich nischen, na, ich nischen Blub